Okku.. Okku.. Jenes Aber was hab ich da auf der anderen Seite verbessert Oh.. Ha ist schon ne Bischke Es ist aber ne Hübsche Säule ein paar Linksblock Es ist aber ne hübsche Säule Alter ich muss hier aus Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Doch du. Ach seine Mutter, Schleichwerbung. Ich weiß mir nicht von was, aber egal. Ach Penis, von ab in den Urlaub her. Was ist das, wie heißt der Scheiß da mit... Wie heißt der Ballkack? Mit Michael... Ach Penis, schon wieder was Falsches gebaut. Was gibt's da nicht? Wie oft sie mich heute verbaut? Was für Volk? Das kostet voll viele... Ah! Wie steht das, meiner? Schon sechs Stück? Ja, klar, doch. Ja, sechs, Maragd, gar nicht. Oh, geil. Ja. Ich bin es gleich einfach so weit, dann machen wir es mal. Oh, oh. Ich glaube, einer kommt schon wieder ins Maragd. Wie sind hier alle zwei Meter? Na dann nur alle zwei Meter. Na dann nur alle zwei Meter. Ach. Ja, ich hab doch gesagt, du sollst dir mal was Neues einfallen lassen. Aber irgendwie kann ich's nicht mehr abstellen. Äh, Penis. So. Boah, warum dreht sich das immer falsch um, diese Scheiß-Stufen? Ich drehe sie nicht. Ich drehe sie nicht. Zweimal rechts und einmal links. Wieso? Du meinst, äh, du weißt, dass wenn du es oben hinkst und aus die obere Hälfte vom Blocken drehen sind, dann sind sie nach oben gewahrt und wenn du es auch die untere Hälfte, dann sind sie nach unten. Weißt du, oder? Du redest doch von diesen Halbstufen, oder? Welchen dann treff ich? Ja, nein. Wir haben die ganzen, die ganzen Stufen. Drei Viertel Stufen. Ah, schnell im Spawner. Ja, ich bin mal im Spawner. Was heißt das? Warte jetzt mal, Ero, komm, komm, komm. Warte es schon. Nein, es war schon. Schöne mal das Wasser aus, dann kann ich dir alles decken. Wie, ne? Es ist voll geil, dass man jetzt einmal dich decken kann. Au. Tschüss, tschüss. So. Ich baue den Mopspawner ab, dann kann ich IP. Ich finde den eh nie wieder. Ja, aber Mopspawner ab, dann kriegt man richtig krank für IP. Ja. Ein Level oder so. Echt? Weiß ich nicht, ich hab nicht aufgepasst. Kannst ja dann auch mal nachschauen. Was ist denn das für eine Folge? Ne, 5 haben wir schon lange. Folge 5, oder? Vielleicht Folge... Äh, warte. Ich weiß nicht, wie lange leben wir schon auf? Was? Was? Ja, dann müsste es ein paar 10 sein oder so. 3,5 Stunden genau. Oder 11. Heiiiien! Weißt du was? Ich grabe mich jetzt einfach gerade nach oben. Ich grabe mich gerade nach oben. Was, du greifst mich da? Ja, du bist dicker kopf. Ich find doof. Ich find doof. Ja, ich brauch' auch voll. Nicht halt noch höher, sonst beschmerzt sich, wenn jemand das noch nicht sieht. Nein. Warte. Tivo? Was? Nee, du bist ja da. Du hast losgegelt. Ich bin in der Höhle und baue gar nichts. Ich baue mich nach oben. Das ist auch was bauen. Ich bin in der Höhle. Ich bin in der Höhle. Was machst du gerade? Ich bin in der Höhle. Ich bin in der Höhle. Kack, so wie. Oh, ein Enderman. Hallo, Andy. Das ist auch mein Haus. Denk nicht mal dran, Andy. Denk nicht mal dran. Alter. Willst du mich nacken? Wo bin ich jetzt hin? Eine volle Axt ist nicht schneller als eine halb leere oder fast kaputte Axt, oder? Ich bin in der Höhle. 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 Oh, ihr können in der Höhle. Ich bin in der Höhle. So das ist schon lange draußen. Boah, wie klein diese scheiß Bäume sind. Jetzt bin ich allerdings geil, wenn du dich hochkriegst. das kannst du auch so gucken, indem du siehst, ob über dir Lava-Truppen aus der Decke drückt werden Andy, hör auch ab zu hauen! Andy! Andy der Mäh! Indiana Jones Penis! Ich hab' ja voll die riesen Hölle! Wer fetzt die Stein-Axt hier weg? Direkt neben meinem Haus steht voll die riesen Hölle, die bemerke ich gerade eben zum ersten Mal So... Hab' ich alles, was ich brauch? Stirb zu top, ey! Nee, ich war in einer Hölle, die war... Ich war das der Berg, den du gemeint hast mit der Lava! Los, los, los! Ich schau' noch mal kurz nach, ob der Baum in Birgits Haus gewachsen ist Wenn ich ihm sagen kann, ha ha, du bist ein Kack-Und-Satz, fiel dir nicht immer Stirb... Was? Er hat nen Baum in seinem Haus gepflanzt! Er hat den gepflanzt, weil er will nicht an die Oberfläche! Ehh sat' zöre mungkin Das ist halt wie Müller. Die blanc star Update! Er ist in seinem hohen gobier! Oh, mooh. Eisn könnte ich auch mitnehmen, aber den Preis lecks auf niemanden could婚 Colombi nicht zu machen, ohne hullo da viertéis! Och, so-oey, komm! Fiadału Ihr habt schon in ello.... OMei! wozuhelle hat denn bitte sein baum angepflanzt hier ist nirgends was ihr habt schon die ganzen dortbewohner ja gesnackt ja aber nicht töten lol werden da die ganzen dritte zu den häusern hochweg gemacht das war schon so die kopieren jetzt irgendwo in die matt rein und sieht ja mega kacke aus 0 hey ich hab kein Spitzhack dabei umso besser jetzt stirb du Murschi wo bist du du musst bloß einfallen wo mein Haus ist bevor du mich entdeckst äh ja äh ich glaub ich bin schon weit genug weil damit du mich nicht findest Alter haben wir geilen Millionen das geht gleich mal ran da haben wir geilen kann man sagen auch kriegen ja genau m und kann das nicht schweigert wird auch und ich möchte auch nur an Prozent und auch hier kommt warte ist markt er machte eine Lederkarte irgendwo kann man die gar nicht die gesamte er hat ein von mir haben wir uns über 100 er wird er gleich geht es eigentlich jeder abtüren das andere alle nicht mehr machen die da die gelätsam klar er ist ein Gott er ist der Weg vor Ort zu machen Haus und ich bin gerade vollkommen umgekehrt er hat nicht mehr ein heute der wir haben was 6 jemanden oder 6 jemanden und 6 jemanden der 1 würde ich auch sagen wenn jemand gegen die Städte auch erledigt Paul Paul kommt zu mir ich glaube ich habe das Haus von Ich glaube, ich habe das Haus von Paul entdeckt. Aber geil, Junge! So, ich fahr mal ein bisschen Level hier. Hast du ein Haus in dem Berg, Paul? Nein. Ja, es ist nicht dein Haus, aber es sah aus wie dein Haus. Also, ich hätte ein Haus sein können. Au. Boah, wir zerlöchern hier das Ding, Paul. Hammergeil. Lol, da ist ein Skelett im Brunnen. Fuck, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Vor allem, Junge. Leute, jetzt komme ich hier nicht mal aus dem Brunnen raus. Haha, warte, ich helfe dir kurz. Nein, ich bin schon da. Was du schickst, ein Kripper zu mir? Das wäre doch geil jetzt. Das hätte ich machen können. So, ich komme weg. Also, ich habe einfach... Wo wohnst du jetzt, Paul? Hier, Hülsen. Oh, geil, der Berg. Ja. Alter, wie schlecht. Und oben auf dem Berg ist nur eine Hülse mit einem Spawner drin. Dann könnte das der Spawner sein, den ich gesehen habe. Nein, oben auf dem Berg. Ja, das war oben auf dem Berg. Wo wohnst du? Hier ist gar kein Eingang, doch, Penis. Und was hat der Paul schon alles? Ja, alter, wo hast du denn so viel Samen? Aus dem Dorf. Und was ist das da? Da kommt Lava rein. Okay. Ui. Nein! Oh, Penis. Das darf ich kaputt machen. Oh, jetzt kann die Lava rein kippen. Haha. Kipp Lava rein, wo auch immer. Mach's einfach. Nein, nein, der läuft mir mein ganzer Keller voll mit Lava, wenn ich... Jetzt da was dran ist. Jetzt grab dich raus. Hey! Du hast erlaubt, ich darf dich rausgraben, hast du gerade gesagt. Ja, Abo grab dich halt unten durch. Mann! Das hab ich mir dran gedacht. Ja, denken ist ja auch nicht deine Stärke, aber... Ja, dann muss das auch nicht deine Stärke. Ja, kann gut sein, aber ich verstehe es. Auch mal langweilig. Alter, du hast mir Depp nicht gemacht. Nein, du bist runtergefallen. Nein. Ja, klar, doch jetzt. Alter, ich. Da Paul fällt doch nicht runter, was denkst du von dem. Naja. Guck jetzt auf deine Klöten.